bodybuilding crossfit operative athletik drei völlig verschiedene trainings konzepte und ich habe in meinen 35 trainingsjahren in jedes davon eine ordentliche menge an blut schweiß und tränen gesteckt heute möchte ich euch erzählen was für mich die vor und nachteile in jedem dieser trainingssysteme sind damit ihr am ende des videos besser einschätzen könnt ob die methode mit der ihr momentan trainiert wirklich die beste für die ziele ist die ihr erreichen wollt für die die mich noch nicht kennen mein name ist maik ich bin 50 jahre alt diplompsychologe und heilpraktiker war aber viele jahre lang als personenschützer in krisengebieten unterwegs meine sportliche karriere hat mit dem bodybuilding angefangen da war ich vielleicht 15 was tun und vielleicht mit apelmus zwei gläser nutella hat mich dann irgendwann zum crossfit hin entwickelt hatte auch eine der ersten crossfit boxen in deutschland crossfit assault in stuttgart war dann der erste deutsche crossfit level 3 trainer und bin dann aber irgendwann umgeschwenkt in richtung operative athletik wer sich für meine komplette lebensgeschichte interessiert der kann gerne mal in meine playlist söllner geschichten reinschauen ich verlinke die playlist am ende des videos meine trainingskarriere begann aus dem gleichen grund wie wahrscheinlich bei vielen anderen ich war immer der kleinste und schwächste und irgendwann habe ich mir gesagt damit ist jetzt schluss ich muss was tun damals gab es eigentlich wenn man keinen zugang zu tatsächlichen leistungssportgruppen hatte nur das fitnessstudio ja und im fitnessstudio musste man sich mehr oder weniger ja selber informieren wie man am besten trainiert und dann gab es eben die bodybuilding zeitschriften wer sie noch kennt wer so alt ist wie ich ja sport revue muscle und fitness vielleicht mal eine flex oder wenn man ganz viel glück hatte ist man mal eine amerikanische zeitung angekommen dementsprechend hat meine trainingskarriere tatsächlich dann mit dem bodybuilding angefangen was sind für mich die vorteile des bodybuildings gewesen mein ziel war ja damals erstmal muskelaufbau ja im prinzip habe ich nur gewusst okay du willst muskeln haben denn wenn du muskeln hast lassen sich die jungs in ruhe und die mädchen finden es irgendwie gut ja nicht alle aber doch genügend besser als wenn du irgendwie so ein lauch bist also war das ziel für mich erstmal muskelaufbau dafür ist bodybuilding natürlich ideal das ganze trainings konzept ist schwerpunktmäßig darauf ausgelegt die muskelmasse zu erhöhen peripher dazu kommt die kraft aber man darf nie vergessen dass beim bodybuilding tatsächlich die muskelmasse an erster stelle steht nicht die kraft nicht die funktionalität dieser muskeln das heißt ob ich die muskeln die ich mir da aufbau beim bodybuilding nachher auch irgendwie praktisch in leistung umsetzen kann ist völlig uninteressant für den bodybuilder da geht es wenn man auf wettkampf geht ja nur um die optik und von dem optik standpunkt her hat das bei mir auch super funktioniert allerdings hatte ich dann ein sehr einschneidendes erlebnis als einmal bei mir im fitnessstudio einer da war der war ungefähr so groß wie ich sah allerdings irgendwie athletischer aus was nicht unbedingt breitere muskeln gehabt und so da war ich noch ein bisschen voraus aber so von der gesamte ästhetik wenn man ihn so angeguckt hat hat er irgendwie gut ausgesehen da legt er sich dahin und macht bankdrücken und zwar ganz entspannt da pumpt er da kurz 10 15 wiederholungen mit 100 kilo weg und dann dachte ich mir so moment das schaffe ich ja nicht also das ist weitaus mehr als ich damals geschafft hätte auch von der wiederholungszahl und wie entspannt er das zeug da weggedrückt hat ja da bin ich hin und habe ich ihn gefragt sag mal wie trainierst du trainiert dass du so viel kraft bekommen hast ich habe jetzt ja irgendwie hier schwere sätze drei bis fünf wiederholungen oder noch weniger ja und dass das jetzt irgendwie nur seine definitionsphase ist und er deswegen so viele wiederholungen macht und dann sagt er nein ein kleiner einschub meinerseits das heutige video entstand in zusammenarbeit mit nordvpn jetzt fragt ihr euch sicher was ist ein nordvpn und warum brauche ich das und weil ich euch jetzt keinen zehnminütigen vortrag über die ganzen vorteile von nordvpn halten will sage ich euch einfach warum ich nordvpn benutze und was für mich die wichtigsten punkte dabei sind punkt nummer eins die anwendung ist soldaten sicher das heißt selbst jemand der sich mit gear null beschäftigen will wie ich schafft es das ding anzuschalten einfach ein klick um und wir sind drauf und sobald ihr drin seid ist euer kompletter internetverkehr verschlüsselt das heißt ihr braucht euch keine sorgen mehr machen dass wenn ihr in irgendeinem offenen netzwerk noch mal kurz was bei amazon kaufen wollt euer passwort und eure login details auf einmal bei irgendeinem hacker auf dem rechner landen außerdem hat nordvpn auch noch einen bedrohungsschutz das heißt er scannt sämtliche dateien die ihr vom internet runterladet und checkt die auf schadsoftware nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die möglichkeit einfach sein vpn server zu wechseln sprich wenn netflix euch irgendeinen film nicht zeigen will weil ihr aus deutschland kommt bing switcht ihr einfach kurz in den server der vereinigten staaten und schon läuft die show und für den preis von ungefähr einem kaffee ja also ich rede jetzt nicht von so einer starbucks monstrosität sondern im normalen kaffee könnt ihr sechs geräte anschließen und habt außerdem noch eine 30 tage geld zurück garantie falls euch das ganze doch nicht gefallen sollte also schnappt jetzt den exklusiven nordvpn deal link ist hier oben und unten in der beschreibung ihr habt eine 30 tage geld zurück garantie ja falls ihr merkt ihr braucht doch noch einen kaffee mehr im monat und die kohle reicht sonst nicht könnt ihr eure kohle zurückholen soweit erstmal von mir und jetzt weiter im video er trainiert immer so er macht immer zwischen 15 und 30 wiederholungen und so ist das so stark geworden dann denke ich mir so im moment das kann doch gar nicht sein habe ich gesagt sag mal machst du noch was anderes und also ja er macht kung fu und ich so ah nee das hat ja jetzt auch keinen sinn wieso wirst du beim kung fu so stark und hat er zu mir ganz ehrlich gesagt du ehrlich gesagt ich weiß es nicht wir haben so einen alten chinesen der macht mit uns halt irgendwelche übungen hin und her und wenn ich mich jetzt hier hinlegen und bank drückt dann geht das er konnte mir also die frage im prinzip nicht beantworten wie er so stark geworden ist er hat nur gesagt es war halt es hat nichts mit dem klassischen bodybuilding zu tun dass ich so kenne er sah auch nicht aus wie ein pumper er sah halt aus wie ein kampfkünstler aber einer aus dem video also so jean claude van damm aber nicht van damm hat ja auch bodybuilding gemacht damit er nachher so aussah also schmäler weniger masse aber halt einfach athletisch kein fett dran groß nichts da habe ich mir so gedacht so moment ich reiße mir jahrelang den arsch auf und da kommt so ein typ und sagt er macht kung fu und drückt mich da weg ja und dann ist mir klar geworden es ist gar nicht die optik die ich haben will ja weil optisch gesehen war ich besser als er sondern es ist die leistung die ich haben will ja ich will das können was er kann ich will stark sein eigentlich und ich habe jahrelang einfach kraft mit muskelmasse gleichgesetzt habe gesagt ja die jungs natürlich in der zeitung ne umso breiter die waren umso mehr gewichte haben die gedrückt aber die hatten ja auch keinen vergleichswert ne du hast sie ja immer nur mit anderen bodybuildern verglichen und ich habe da gesagt so ane das das kann jetzt nicht sein also für mich ist bodybuilding dann nicht mehr das was ich machen will ne ich will eigentlich stark werden und jetzt nicht strongman stark oder kraft dreikampf stark wo ich halt nur drei übungen mache und die halt auf maximal gewicht bankdrücken kniebeuge und deadlift sondern ich will allgemein wie so ein kämpfer sein so dann verging noch eine zeit lang aber und dann bin ich aufs crossfit gestoßen das hat da gerade angefangen und ich habe dann mal die die definition vom crossfit gelesen in der zeitung nachdem mir das jemand gesagt hat hey lest das mal das crossfit journal das ist wirklich super ja und ich fand immer diese diese übungen und die workouts die der typ macht sind total komisch ja da rennt er irgendwie durchs camp ja ich war damals im irak in einem auf einem ölfeld als medic eingesetzt und dann 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 zieht er irgendwie ein paar gewichten rum und dann rennt er wieder und ich so das ist doch kein richtiges training hier das ist doch kasper der theater ja sowas will ich gar nicht machen aber irgendwann hat es mich dann gerissen dann bin ich mal auf diese website und dann habe ich diese definition of fitness gefunden bei dieser definition of fitness wenn ihr das nicht kennt google das mal crossfit definition of fitness das haben jetzt die crossfitter auch nicht erfunden die haben das auch von irgendjemand anderem übernommen so weit ich das weiß aber da wird einfach fitness in zehn verschiedene kategorien aufgeteilt also kraft power geschwindigkeit balance flexibilität muskuläre ausdauer kardiovaskuläre ausdauer ich kriege jetzt nicht mehr alle hin aber ihr könnt euch vorstellen im prinzip ein sehr breites spektrum weil man sich gesagt hat okay wer ist denn jetzt der fitteste mensch ja ist es ein marathon läufer oder ist es ein kraft drei kämpfer der kraft drei kämpfer würde niemals marathon laufen können zumindest nicht in irgendeiner zeit die irgendwie relevant wäre und der marathon läufer würde nie irgendwie auch nur annäherndes gewicht bewegen können wie der kraft drei kämpfer also wer ist denn jetzt nun der fitteste und dann hat man eben gesagt okay fitness hat offenbar ein breites spektrum an kategorien das man abdecken soll beim crossfit ging es eben darum dass du in allen diesen kategorien gut bist du wirst nirgends der beste sein weil ein marathon läufer immer mehr ausdauer haben wird als ein crossfitter ja weil er sich so darauf spezialisiert auf kosten aller anderen faktoren damit er in seinem wettkampf sport ja ganz vorne ist so ist es auch beim kraft drei kampf zum beispiel oder bei jeder kategorie die man einzeln rauspicken will und das war dann für mich so eine richtige erleuchtung ja dagegen die lampe an habe ich gesagt das ist geil die haben sich ja richtig mal gedanken gemacht das ist doch genau das was ich seit 15 jahren machen will oder ich weiß nicht wie alt ich da war ja 20 jahre wahrscheinlich habe schon 20 jahre bodybuilding gemacht so ungefähr bis ich dann das crossfit sozusagen entdeckt hat hatte oder mit der nase reingestoßen worden bin so dann habe ich zu der zeit in zürich gewohnt und es gab crossfit zürich hat gerade aufgemacht und dann bin ich ins crossfit zürich gegangen und habe da ein jahr lang trainiert und habe dann gefunden dass ich durchs crossfit nach einem halben jahr training ungefähr im spiegel besser aussah als zu meinen besten bodybuilder zeiten das hat mich extrem gewundert und ich kann das nur dahingehend mir erklären dass meine komplette körperhaltung besser war die war athletischer ja die brust war weiter offen die schultern waren weiter hinten weil du durch diese ganzen verschiedenen übungen die du machst und ich komme gleich noch auf die definition von crossfit einfach ein ein athletischer mensch wirst ja und da gibt es den schönen spruch form follows function ja das aussehen passt sich der leistung an sprich wenn du ein athlet bist von der leistung her wirst du auch wie ein athlet aussehen und das wollen ja die meisten die wollen athletisch aussehen und sie wollen nicht nur athletisch aussehen sie wollen eigentlich auch athletisch sein von der leistung her ja man könnte natürlich auch übers bodybuilding eine athletisch aussehende figur aufbauen würde aber keine athletische leistung bringen können und dann denke ich mir wieso soll ich denn die hälfte des des effekts praktisch rauslassen indem ich bodybuilding mache um athletisch auszusehen ja da ist doch viel besser wenn ich auf athletisches leistungspotenzial trainiere und dann athletische leistung bringen kann und athletisch aussehen aber das dauert unter umständen länger und b wenn ich richtig dicke muskeln haben will also in der kategorie muskelmasse ganz weit oben sein will muss ich mich halt auch von meinem trainingssystem her darauf spezialisieren weil alleine mit crossfit wird man nicht in diese hypertrophie reinkommen wie ein bodybuilder also nicht in dieses muskelmasse aufbau muskelwachstum und so weiter so gehen wir mal kurz auf das crossfit trainingssystem ein crossfit hat ja angefangen als trainingssystem es hat sich nachher so ein bisschen aufgespalten in ein trainingssystem und in einen wettkampfsport und der wettkampfsport hat momentan 90 prozent übergewicht zum zum trainingssystem ja die meisten man crossfit die heute anfangen als wettkampfsport kennen aber das grundprinzip vom crossfit definition was crossfit ist ist constantly varied functional movement performed at high intensity also ständig verändernde funktionelle bewegungen die mit hoher intensität ausgeführt werden wenn das der fall ist dann macht ihr crossfit ja das ist die grunddefinition von crossfit beim bodybuilding geht es im prinzip darum vom trainingssystem her die muskeln zu überlasten ja damit durch diesen muskelreiz die muskeln dazu angeregt werden mehr masse zu produzieren geht es nicht unbedingt um kraft da geht es auch nicht um kraftausdauer das sind alles dinge die irgendwo mit dranhängen aber der schwerpunkt auch vom trainingssystem ist einfach muskelhypertrophie beim crossfit ist es eben nicht muskelhypertrophie sondern es ist das ausführen von funktionellen bewegungen und wir kommen gleich darauf was das bedeutet mit hoher intensität und diese übungen sollen aber nicht immer die gleichen sein sondern die sollen ständig verändert werden aber immer funktionell bleiben und immer mit hoher intensität ausgeführt werden was sind denn jetzt funktionelle bewegungen funktionelle bewegungen kann man jetzt sehr sehr breit definieren dann wird aber die definition sinnlos man kann sagen jede bewegung kann für ein ein bestimmtes für eine bestimmte situation funktionell sein das heißt wenn du zum beispiel beim daimler am fließband irgendwo beim auto oben schrauben fest ziehst dann ist diese bewegung wenn du die trainieren würdest dann wäre das hier eine funktionelle bewegung für dich im rahmen deines jobs die wird das training würde dich oder würde deine leistung in deinem job praktisch verbessern ja das ist jetzt aber nicht das was gemeint ist damit man muss aber noch mal überlegen funktionelle bewegungen sind immer anwendungsspezifisch ja das heißt für ganz spezifische situationen kann es ganz ganz seltsame bewegungen geben die dann auf einmal für diese situation funktionelle bewegungen sind beim crossfit geht man aber davon aus von bewegungen die du im echten leben also normalerweise ja ausführst also zum beispiel laufen springen die die üblichen bewegungsrichtungen ja horizontales ziehen vertikales ziehen horizontales drücken vertikales drücken werfen höhenwechsel durch knie also durch kniedominanz höhenwechsel durch hüftdominanz ja um und alles mögliche solche sachen externe gegenstände von a nach b um dich rum bewegen ja drehungen sachen hochheben steine hochheben schwere sachen von a nach b tragen dinge durch die gegend schieben ja zum beispiel wenn man auto schiebt oder sowas das sind alles funktionelle bewegungen und im crossfit hat man dann eben versucht funktionelle bewegungen sich raus zu suchen die man in einem studio machen kann ja also mit langhandel mit kettlebells mit allen möglichen unförmigen gegenständen ja und mit dem eigenen körper so dementsprechend kannst du mit dem crossfit eine große bandbreite an bewegungen abdecken und deswegen ist crossfit wenn die bewegungen in deinem trainingsplan richtig gewählt sind und du von jeder art der bewegung auch was drin hast über den monat verteilt oder über die woche verteilt ja dass du alles gleichmäßig trainierst dann ist crossfit ein richtig geiles trainingssystem ja wie gesagt ich habe richtig gute fortschritte gemacht wahrscheinlich sogar die besten fortschritte wenn es um großflächiges abdecken von verschiedenen leistungsebenen geht ja zwar sowohl verschiedene energiesysteme also alles von 0 bis 10 sekunden ja zwei minuten bis zwölf minuten oder so in den drehrum und dann 12 20 minuten plus bis ganz ganz lang ja das sind ja alles verschiedene energiesysteme die da hauptsächlich gefordert werden und im crossfit versuchst du eben alle energiesysteme auf ein gutes niveau zu heben von der leistung her warum bin ich jetzt aber vom crossfit weg hin zu dem was ich operative athletik nenne das problem war die entwicklung die das crossfit gemacht hat ja ich habe ja schon gesagt crossfit ist ursprünglich ein trainingssystem gewesen und hat sich dann aber zu einem wettkampfsport hin entwickelt ja das ging am anfang ging das relativ schleppend vor sich ja da haben die leute alle noch normal trainiert oder der großteil der leute und haben dann praktisch irgendwelche wettkämpfe gemacht um zu sehen wie gut sie denn jetzt gerade sind irgendwann ist dann rebok ins boot gekommen als massiver sponsor und dann ging es auf einmal erstens um geld ja das heißt dann konntest du mit den wettkämpfen auch geld verdienen plus natürlich werbung so sprich das ganze ist nachher auch praktisch für zuschauer übertragen worden entweder zuschauer die direkt da waren oder natürlich übers internet und später auch über richtige fernsehsender ja ich glaube ispn hat eine zeitlang die crossfit games und so übertragen sprich die wettkämpfe mussten so gestaltet werden mit den workouts dass die zuschauer freundlich sind das heißt es mussten also geräte verwendet werden die in einer arena benutzt werden können ja die dann bei den vorqualifikationen auch die meisten fitnessstudios oder gyms hatten die meisten crossfit boxen hatten oder leute zu hause hatten es durfte also nichts zu extravagantes sein und es musste was sein was gut gejudged werden konnte na also wo der kampfrichter sagen konnte okay die wiederholung gilt die wiederholung gilt nicht alles was da nicht rein viel viel in der wettkampf planung praktisch schon mal raus sie haben dann noch versucht das eine oder andere event mal rein zu tun was jetzt nicht so zuschauer freundlich ist ja zum beispiel irgendwas mit dem fahrrad oder so durch irgendein waldgebiet durch wo du gar nicht immer filmen konntest das heißt das war dann schon noch mal ein versuch bei den wurzeln zu bleiben und halt auch dinge zu testen auf die die leute wirklich nicht vorbereitet waren ja so habe ich gerade von vorbereitung gesprochen das problem mit den wettkampf athleten ja ist dass man wenn man sich dann ein bisschen mit statistiken beschäftigt hat und geguckt hat okay was für events kommen denn immer auf den wettkämpfen vor man rausgefunden hat bestimmte bewegungen sind überproportional häufig vertreten ja und zwar sehr viele dinger eben mit der langhandel weil das kannst du gut bewerten da sieht der zuschauer von außen gut was passiert da kannst du schön wiederholungen zählen und es braucht nicht viel platz also haben sich natürlich wettkampfathleten die clever waren spezifisch und im schwerpunkt auf diese bewegungen vorbereitet in ihrem training das heißt das training ist weg von diesem anderer schöner crossfit spruch die unknown und unknowable ja das heißt sie müssen sich auf alles vorbereiten weil man weiß ja nie was das leben einem vor die füße wirft ob das jetzt ist irgendeinen schweren steinblock irgendwo hochheben weil jemand drunter liegt oder mit gepäck durch den fluss schwimmen das wären alles sachen die hätten beim crossfit als test vorkommen können also im wettkampf geht aber nicht wegen den begrenzungen die ich gesagt habe also haben die gesagt hey selbst wenn sowas mal vorkommt dann verlieren wir eben einen wettkampf und sind dann nicht gut weil wir uns überhaupt nicht darauf vorbereiten es hat sich bei den klassenarbeiten mut zur lücke genannt wenn du ungefähr wusstest was drauf kam hast du die schwerpunkte gelernt und hast gehofft dass es dann für vier erreicht oder noch besser und so ähnlich ist es dann da gekommen das heißt dass viele crossfit boxen haben sich dann aufgrund der nachfrage die leute wollen alle wettkämpfe machen die wollen wir wettkämpfer trainieren wie die die sie im fernsehen sehen sie wollen auch die übungen machen und nicht so langweiliges zeug wie auf allen vieren krabbeln ja was aber viele überhaupt nicht können das heißt man muss halt mal bei den basics anfangen gut die wollen aber direkt hier overhead squats machen oder sonst irgendwelche abgefahrenen übungen können zwar nicht mal die schultern direkt komplett ausstrecken ja aber hauptsache mit viel gewicht dann damit noch in die kniebeuge gehen ansonsten ist es kein richtiges crossfit also das crossfit hat so ein bisschen diese richtung genommen und ich hatte ja damals eine crossfit box das heißt ich habe halt auch gemerkt okay die leute wollen alle nicht wirklich crossfit als trainingssystem machen oder die wenigsten die meisten gehen in richtung sie wollen wettkampf machen und da habe ich dann gesagt okay das will ich nicht da will ich mit meinem gym nicht hin also habe ich es verkauft ich habe mir schon die ganze zeit dann nämlich ein paar andere gedanken gemacht crossfit ist ein sehr schönes wettkampf system ja aber im prinzip ich habe ja schon gesagt die definition ist constantly varied functional movements performed at high intensity das sind deine üblichen what's workout of the day und im prinzip geht es da eben um high intensity interval training das heißt so hart wie möglich so schnell wie möglich so viel wie möglich in der kürzesten zeit wie möglich das sind so ein bisschen die parameter um dies da geht und die klassischen workouts sind halt so dein couplet triplet chipper zirkeltraining und vielleicht noch imoms also each minute on the minute oder sowas das heißt du hast bei all diesen sachen bestimmte übungen vorgegeben und gibst in diesen übungen die durch wechseln eben so viel leistung wie du kannst ja und das ganze ist ja dann immer auf bestimmte auf bestimmte zeiten aufgebaut so ein workout die meisten sind halt irgendwo zwischen vier minuten und 20 minuten weil das ganze muss ja auch in eine crossfit stunde reinpassen wenn du eine stunde hast da ist dann aufwärmen dabei da ist vielleicht noch ein bisschen cool down dabei da ist die erklärung des workouts dabei da ist vielleicht noch mal technisches nacharbeiten der bewegungen die im workout kommen dabei das sind mal so die wichtigen sachen die in einem crossfit in der crossfit stunde drin sein müssen so jetzt ist aber allein damit ist es nicht getan denn maximal kraft zum beispiel oder explosivität oder technik oder balance das sind alles sachen die sind zwar irgendwo in diesen workouts gefordert werden aber nicht richtig dabei trainiert sondern die werden nur eigentlich getestet sprich wenn du stärker werden willst und das musst du im crossfit musst du ein separates krafttraining machen ja und das machen dann manche gyms die guten zumindest machen bevor sie den workout an sich machen noch mal eine ein kraftteil zum beispiel oder ein teil wo du gymnastics machst also turnen ja einen ringen irgendwas oder handstand oder 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 was auch was ist was man relativ intensiv trainieren muss ja und nicht während dem workout land auch nicht in der kurzen vorbereitungszeit für den workout nachher für den wort sondern das sind alles sachen die beim crossfit eben sehr anspruchsvoll sind und dies separat trainiert werden müssen so dann beschäftigst du dich da mal ein bisschen damit ja und dann gibt es ja extra zusatz ausbildung beim crossfit also crossfit kettlebell crossfit strongman crossfit gymnastics crossfit olympic lifting und so weiter und dann als guter coach machst du die dinge alle und dann merkst du boah olympic lifting ist eine komplett eigene sportart die die ja richtig kompliziert ist wo man richtig viel wissen muss auch wie man das training progressiv gestalten kann und so weiter wie man die verschiedenen fehler findet da vorübungen und so weiter wie man wie wie sich normal jemand der diese sportart macht erst mal jahrelang hintastet bevor er da ein gewicht in die hand kriegt so ungefähr so und beim crossfit machst du aber ja alles kettlebell und so weiter gymnastics und das sind alles eigenständige sportarten eigentlich die eine lange vorbereitungszeit brauchen zum beispiel beim turnen um die flexibilität die balance und auch die kraft in den extrembereichen zu bekommen die du brauchst um das ganze nachher verletzungsfrei ausführen zu können und ich bin dann irgendwann zum beispiel auch noch darauf gestoßen dass so ganz simple sachen wie laufen also rennen eigenes technik training hat das war mir nicht klar weil wir auch in der schule da hieß es wir haben leichtathletik jetzt die nächsten drei monate oder zwei monate oder wie lange und da hast du mal direkt angefangen mit so wir machen jetzt ein 100 meter lauf auf zeit sozusagen erste stunde so alle mal hin in eine reihe 100 meter lauf auf zeit klick wird direkt mit gestoppt nichts von wegen vielleicht einmal über geübt wie der start läuft wie man sich dahin kniet in diesen startblock aber nichts von wegen lauftechnik keine vorübungen kein krafttraining mal über sechs wochen oder lauftraining über sechs wochen um nachher bei dem 100 meter lauf eine vernünftige zeit zu kriegen oder zumindest sich zu verbessern ja in der schule war eigentlich immer nur okay 100 meter lauf da brauchen wir nichts üben ihr lauft halt 100 meter geradeaus so schnell ihr könnt so und so habe ich gedacht so so ist es halt ja laufen kann jeder warum auch nicht und du läufst halt einfach so schnell wie möglich und dazu musst du stark sein und dazu machst du schön schwere kniebeugen wirst du stärker kannst du schneller laufen nein ja als ich rausgekriegt habe wie kompliziert lauftraining ist also spätestens da war mir klar crossfit verpasst sehr sehr viel also crossfit nimmt die ganze sache viel zu leicht das ist ein geiler ansatz als trainingssystem aber es ist sehr 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 viel komplexer und schwieriger wenn man das ganze richtig unterrichten will und das geht dann auch fast nicht mehr in diesen einstunde blöcken ja wie eine crossfit stunde halt einfach hat und wo es war ja eigentlich auch so gedacht dass eben normale leute innerhalb von dieser einstunde wenn die dreimal die woche kommen zum beispiel ins crossfit dann eben das alles mitnehmen können ja und das auch noch verletzungsfrei also da muss ich sagen ist meine erfahrung anders die leute die tatsächlich lang dabei geblieben sind und lange fortschritte gemacht haben haben alle extrem viel zeit außerhalb dieser stunden reingesteckt um an den ganzen schwachpunkten und technik sachen zu arbeiten ja das ist aber nichts mehr für den otto normal verbraucher der sagt ja ich will halt nur drei vier mal die woche irgendwo ins gym gehen eine stunde lang angeleitet trainieren und dadurch dann super fit werden ja das geht man muss aber ein sehr gutes gym haben mit kompetenten coaches die auch das scaling gut im blick haben ja die die fehler sehen und die diese fehler auch korrigieren und nicht nur da stehen und sagen ja mach mal an ihm halt weniger gewicht wenn deine form scheiße ist so ungefähr also crossfit an sich finde ich immer noch einen sehr sehr guten ansatz der öffnet vor allem leuten die bisher nur normales fitness studio training erlebt haben also hier gehen wir an das gerät hier sind deine geräte aufgeschrieben dreimal zehn wiederholungen wenn du dann dreimal 15 schaffst kommst du zu mir und dann machen wir das gewicht hoch oder so ne kennt ihr ja alle wahrscheinlich so da kann man sich dann eigentlich nicht verletzen ne und das ist auch der grund warum fitnessstudios so arbeiten du kannst leute anstellen die keine ahnung von trainingsplänen haben müssen die halt saftschubsen sind schön getränke ausfüllen hier karten einscannen und dann mal einen trainingsplan aufschreiben der sowieso für jeden gleich ist das geht da ja und es ist auch besser als nichts tun machen wir uns nichts vor bisschen fitnessstudio ist besser als nur zu hause sitzen aber erwartet nicht dadurch groß fit zu werden ja es gibt ich habe genug leute in meiner fitnessstudio trainer karriere gesehen die nach drei jahren immer noch den gleichen trainingsplan hatten mit den gleichen wiederholungen und den gleichen gewichten wie vor den drei jahren und sich auch nicht gewundert haben warum sich das nicht ändert für die war das völlig okay so gut habe ich einen anderen anspruch an mein eigenes training ist aber eine andere sache muss jeder selber wissen was er bereit ist reinzustecken und was er dann davon erwartet das ist ja auch so ein ding solange die erwartungshaltung mit dem was man reinsteckt übereinstimmt ist alles okay nur wenn man erwartet bestimmte ziele zu erreichen und da hinarbeiten will muss man halt auch das richtige trainingssystem benutzen und mit der richtigen intensität dauer und vor allem mit köpfchen das ding durchziehen ja so jetzt bin ich aber zu was gekommen was wir hier mal operative athletik nennen ja und zwar ist es im prinzip auch ein funktionelles training aber ein funktionelles training wenn man so will für einsatzkräfte ja was sind jetzt einsatzkräfte einsatzkräfte kann man sich grob vorstellen ist nicht abschließend aber polizei rettungsdienst militär ja sowas leute die in situationen gehen in denen unvorhergesehene dinge passieren unter einsatz auch ihres eigenen lebens und ihrer gesundheit das heißt der spielraum für fehler ist dort sehr gering und die konsequenzen für einen selber oder für andere für die man da die verantwortung hat oder die man versucht zu retten sind sehr hoch ja da geht es einerseits um die eigene gesundheit und das eigene leben und das leben und die gesundheit von anderen die teamkameraden ja oder den verletzten den man versorgen will oder den denjenigen den man aus irgendeinem brennenden haus bergen will oder so ja wenn man da nicht fit ist und sich vernünftig bewegen kann und das training was man die zeit die man ins training steckt nachher auch in leistung umsetzbar ist und zwar in leistung die dort gefordert wird dann ist das training falsch so und jetzt im vergleich zum crossfit ist es eben im echten leben im einsatz ja und ich nenne es halt mal einsatz weil auch wenn du zum beispiel zu einem unfall kommst und keine einsatzkraft bist dann bist du eine weil das ist sind einsatzbedingungen unter denen bist ja das ist wenn die scheiße in den ventilator fliegt ja und dann musst du gucken dass du auf der richtigen seite stehst ja zum einen ja zum zweiten wenn du auf der falschen seite stehst musst du einen regenschirm dabei haben den aufzuspannen schnell ihr wisst was ich meine ja jeder kann ganz schnell in einer lebensbedrohlichen situation sein nicht unbedingt für einen selber sondern vielleicht für andere wenn man zu einem unfall kommt und jemandem helfen ja und wenn du dann keine leistung bringen kannst weil du körperlich einfach nicht gut bist oder weil du zwar solche muskeln hast ja aber dann eben nicht mehr in das in das auto reinkommst oder so da weil es ein bisschen zusammengebogen ist um dann das kind rauszuziehen dann wird es halt schwierig ja so im prinzip operative athletik beschäftigt sich mit athletik training sprich mit training dass du nachher athletisch in einsatzbedingungen umsetzen kannst ja das heißt da sind dann jegliche bewegungen mehr oder weniger bis auf ganz wenige ausnahmen rausgestrichen die künstlich sind ja also die du nur im studio im gym in der box wo auch immer ausführen würdest und man versucht sämtliche trainingsteile so zu gestalten dass du eben nicht nur ähm an einem energiesystem oder an kraft oder an einem anderen bestandteil arbeitest sondern das ganze machst indem du bewegungen benutzt die du im einsatz schwerpunktmäßig auch benutzen würdest ja sprich zum beispiel wenn du ein soldat hast der crossfitter wird burpees machen ja sich auf den boden fallen lassen und wieder liegestütz hoch springen der soldat kann das auch machen das trainiert auch natürlich das horizontale drücken ja das springen und das energiesystem je nachdem welches er da verwendet aber man kann es natürlich auch cleverer machen und die hoch runter bewegung so machen wie der soldat das im einsatz macht sprich er hat nur eine hand weil in der anderen hand hat er die waffe und er hat eine gewichtsweste an weil er seine ganze ausrüstung an hat so und jetzt wird die bewegung schon anders weil dann machst du nämlich kein burpee mehr sondern du musst gucken okay mit welcher bewegung komme ich denn auf den boden und kann wieder aufstehen und zwar auf jeden boden nicht auf einen schönen glatten hallen boden mit matten sondern auch irgendwo in afghanistan im gebirge oder im wald wenn äste rumliegen oder 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 ja das heißt da muss ich mir erstmal überlegen okay welche bewegungen benutze ich denn und dann integriere ich diese bewegungen in mein training weil zeit ein kritischer faktor ist natürlich kannst du alles einzeln trainieren ich kann auch die bewegung einzeln trainieren als technik und dann separat davon burpees machen um die kondition zu verbessern dauert mich aber also kostet doppelt so viel zeit die zeit hast du nicht selbst wenn du die zeit hast dann verwende die lieber für was anderes weil es gibt genug andere dinge die du trainieren kannst und musst also das problem ist immer dass der tag zu wenig stunden hat und wenn du dein training dann auch noch so aufgliederst dass du dinge die du eigentlich nicht doppelt trainieren musst doppelt trainierst dann wird es halt eng wer jetzt noch ein bisschen genauer wissen möchte was ich denn so unter operative athletik verstehe kann sich gern mal meine fitness playlist anschauen ich verlinke die jetzt auch am ende des videos einfach nur drauf klicken ja ansonsten wenn euch das video gefallen hat und ihr was rausgezogen habt würde es mich freuen wenn ihr mir einen daumen da lasst vielleicht den kanal abonniert und die klingel anmacht damit ihr nichts verpasst und wenn ihr denkt ihr habt irgendwelche freunde kameraden kollegen die dieses video auch sehen sollten dann empfehlt mein kanal und dieses video weiter würde mich sehr freuen wäre schön wenn wir uns beim nächsten video wiedersehen bis dahin wünsche ich euch alles gute trainiert schön weiter natürlich das richtige macht's gut euer mike